Musik Was ist das für ein Lärm? Die Bauarbeiter kommen schnell weg hier. Schau mal, was da alles kommt. Ah, endlich kommt das WC. Ich muss ja schon ganz dringend. Wir laden es mit dem Kran ab. Musik So, es kann losgehen. Musik Okay, hoch! Endlich, das wurde auch langsam Zeit. Hey, das WC steht hier total im Weg. Kein Problem. Hier rüber! Hey, Mensch, geht's noch? Ach so, was ist denn in 20 Jahren noch nicht passiert? Musik Nicht mal Ruhe aufs Klo gehen kann man hier. Na, hier ist ja heute was los. Mama, was bringen die da? Ich denke, das Haus. Wo laden wir ab? Gleich hier. Wir nehmen als erstes die Wand vorne rechts. Ich hänge sie gleich an. Ich bin gleich soweit. Erste Wand hochziehen. Musik Musik Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Musik Pass doch auf! Das hätte mich erschlagen können. Boah, ja, zum Glück haben wir die Helme auf. Ist alles okay? Ja, alles okay. Jetzt machen wir das Ding aber richtig fest. Die Wände stehen, jetzt machen wir Mittagspause. Weiter geht's mit dem Dach. Perfekt, das passt. Gleich sind wir fertig. Das hat ja gut geklappt. Das war's. Das Dach ist fertig. Gute Arbeit. Ihr müsst hier noch das Eingangspodest betonieren. Guten Tag. Hallo. Komm Kinder, wir müssen hinten rein. Hier vorne ist frisch betoniert. Oh Mann, kein Sprit mehr. Peter, bring mal Sprit. Ja, kommt sofort. Und dann? Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ja, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Oh, jetzt ist der ganze Erd auf und weg. Jetzt können wir da gar nicht mehr spielen. Hallo, wir sind Familie Schumann. Wir sind ihre neuen Nachbarn. Heute Abend feiern wir Richtfest. Dazu sind sie herzlich eingeladen. Das ist aber nett. Wir kommen gerne. Hallo, schön, dass ihr gekommen seid. Es geht jeden Moment los. Vielleicht haben wir keinen Erdhaufen mehr zum Spielen. Dafür können wir ja mal was zum Spielen. Ja, gern. Zum Giebel bin ich hochgestiegen, um hier zu reden mit Vergnügen. Wenn nun das Glas in Scherben springt, unser aller Gruß erklingt. Hinaus mit Freude und Gebraus. Glück und Segen diesem Haus. Bis zum nächsten Mal. Nichts. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal.